Auf meiner Visitenkarte steht mein Name, Martina Zieser, Diplombetriebswirtin, Inhaberin AXA Geschäftsstelle. Ich bin selbstständige Handelsvertreterin, habe eine Geschäftsstelle der AXA, das heißt ich arbeite exklusiv für AXA und berate Menschen und Unternehmen in Versicherungs- und Vorsorgefragen und begleite sie auch durch alle Lebensphasen. Wichtig ist es, glaube ich, auch genau zuzuhören und herauszufinden und auch zu spüren, was ist wichtig für den Menschen, der einem gegenüber sitzt. Ich bin teilweise beim Kunden vor Ort, bin teilweise, kommen die Kunden auch zu mir, führe die Gespräche mit den Kunden, bereite meine Termine nach und habe natürlich auch noch sonstige Sachen, sonstige Aufgaben der Unternehmensführung zu erledigen.